Die Gemeinde heute Allgemein gesprochen Wir sind wie die Kinder Israel Als Gott seine Herrlichkeit vorzeigte Sie sagten nein Also diese Herrlichkeit möchte ich nicht haben Wo ist Moses? Mose, geh du mal voran Und begegne mal der Herrlichkeit Sto die great men of God You go for the glory No, we are not worthy to get to the glory That is why the church is not mature The church is not growing Because the masses are afraid of the glory of God They look at grace as demonic I am speaking today as an apostle To let the church understand That the era of its purification has come The time for the emergence of the great church has come We are waiting for rupture because of the pandemic. They are talking about end time. It is not today. It is not now. The church is not ready to receive His Lord until we wake up and embrace truth and grace. The church is not ready for maturity. But God is calling the church, not only a group of people, not only a special breed that has been anointed, so to speak, by God. He is calling for all of us to wake up and embrace the knowledge of grace and truth. When that will come, they will not tell you who is your God. You will know God, who God is, and you will do what anyone can do. And from that perspective, the world will know that we are special as a people. And then we will be ready to receive our Lord. Then we will be ready to be that light on the mountain in which Jesus speaks about. And that time is now. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Und das ist der Grund, warum Pfingstler und charismatischen Bewegungen aus dem Christsein, das ist der Grund, warum sie alle auf ihren sozusagen Menschengottes schauen. Männlein, Weiblein gleichermaßen. Ja, du gehst bitte zum Berg. Du gehst bitte zum Herrn. Was hat der Herr gesagt? Was tut der Herr gerade? Und so weiter und so fort. Und der Punkt ist, so war das nicht gedacht von Gott. Es ist nicht von Gott gedacht, dass nur gewisse Elite, nur gewisse Geseibte, in Anführungsstrichen, Gemeinschaft mit ihm haben und die anderen dürfen zuschauen. Nein, 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 nein. Ich spreche gerade jetzt wie ein Apostel. Die Zeit der Herrlichkeit des Herrn ist gekommen. Die Zeit, wo wir wirklich alles, was uns bedeckt im Angesicht, aufdecken und wirklich loslassen. Es ist Zeit, dass wir die Offenbarung der Gnade und der Wahrheit aufnehmen, zu unserer Bewusstheit machen, verinnerlichen. Es ist die Zeit, wo wirklich das, was Christus ist, das sind wir auch. Die Wirkung in Christi. Wir sind in der Lage, dasselbe zu tun. Und zwar jeder Mann und jede Frau. Und es ist wichtig auch zu verstehen. In dieser Zeit sprechen viele von der Endzeit. Wann wird Jesus kommen? Na, die Pandemie ist ja schlimm. Also Jesus soll kommen. So nach dem Motto, ich warte auf meinen Bus oder mein Flugzeug. Der Punkt aber ist, so wird der Herr nicht kommen. Der Herr wird nicht für Feiglinge und, ich sag mal so, Angsthärschchen und so weiter. Er wird nicht dafür kommen. Sondern er kommt. Und zwar für eine Gemeinde, die rein ist. Ohne Flecken und ohne Rünzen. Er kommt für eine Gemeinde mit dem Bewusstsein von Gnade und Wahrheit. Er kommt für eine Gemeinde, die ihn verkörpert. Es ist noch nicht Zeit. Der Bus kommt noch nicht. Stattdessen nimmt auf das Bewusstsein Christi. Nimmt auf das Bewusstsein der Gnade und Wahrheit. Wozu? Damit das, was Christus wirkt, wir in der Lage sind zu wirken. Das, was Christus ist, genau das sind wir. Und es ist wichtig auch zu begreifen, wir sind nun in dem Ära. Wir sind nun in der Zeit der Gnade und Wahrheit. Wo wirklich jeder Mann Gott kennen kann. Nicht nur gewisse Eliten, nicht nur eine Gruppe von wenigen. Nein, nein, nein. Jeder Mann. Und jeder Mann ist in der Lage, auch Gott zu manifestieren. Danke, Lord Jesus. Habt Danke.